okay dann ist die gleiche geblieben was gewinnt bei dir kann man auch das wird so schnell ranheben alter da boostet er mich bis vorn hin dann dreht ihm saumig habe ich auch noch nie hingekriegt das habe ich auch noch nie hingekriegt okay okay zentos weißt du ich wollte denn nett zu dir sein aber facebook verschickt immer die falschen anfragen an aber hier bitte hier spiel anfragen sei du froh dass ich dich nach vorne geboostet habe du wichser da habe ich gerade auch ich hatte auch noch eine überraschung gegeben so ein osterei nein was denn hier los hallo hallo was machen die weißt du das nicht mehr was sie machen nein meine stelle du hast doch keine ahnung habe ich auch nicht mehr ja natürlich fahre ich gegen die branche ich kenne nur hier double dash und so noch das kann ich noch auswendig neee neee peech war zweite mit 15 ich hatte 8 wenn ich ich müsste mindestens zweiter werden die 24 ja wir haben beide 24 dann shit mario muss mit peach tauschen wo war war oh mein gott ich häng schon wieder zu weit hinten hängen bleibe unwütziger arsch halleluja wow war das knappe noch mal richtig ich habe gerade auch meine schwierigkeit mit dem fahren hier mit dem lenken besonders nicht ernsthaft nein ich werde zerquetscht so fruchtig und peachig ist durch mein gott mein gott warum vielleicht immer gegen jetzt ich nehme auch alles mit was so wand ja ich kenne da werden zeit schon kommt doch wir können ja freunde werden ich glaube bei der geschwindigkeit darunter warum leckten das gerade so wenn sie nicht wird bitte groß scheiße aber auch alle ja alle alle von 1 bis 3 warum bin ich immer noch sechster ach so das hat er es gezählt als wir wieder standen ich glaube da müssen wir mal gegen wirken hier das ist ja richtig jetzt gemein die ganze gefahr das ist ja das ist ja ich hoffe wenn die gegenüberstehen oder sonst mal dumme kugel oh man ja dadurch ja auch so fixer nein das ding ist so richtig kacke jetzt werde ich sogar vierter ja ich auch ja was darfst du nicht werden fünfter er werde da bin also kacke hingelegt keiner alter weg steht jetzt den dritten du oder ich was für eine scheiß platzierung geht das denn jetzt ja eine scheiß platzierung so wie du schon sagst ja wieso krieg ich denn nix ja bursack hau mich doch noch hey nothing man vierter sechster dritter sechster weil bursa noch in diesen scheiß block gefahren ist oh mein gott erster marius scheiße oh jetzt wird die platzierung richtig mies ja oh mein gott oh mein gott centus was machen wir jetzt drücken drücken mach ich doch schon nicht so drei punkte krieg ich bin noch zweiter bin vierter bin vierter oh mein gott bin vierter schon wieder heiß sei was soll ich denn sagen nur weil ich da auf der treppe ausgerutscht bin wegen dieser scheiß bananenschale wenn du den neuen gehabt dann wärst du neunzehn dann wärst du zweiter gewesen mann ey schon wieder vierter ich schiebt das kratzen das ist eine andere ja eine andere kammerafführung ja freu dich Arschloch 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 na hallo centus jedes pumpenarsch bitte ich steh'n voll immer laut nein ich hab aber wenigstens unsere Ehre auf dem zweiten Platz noch geholt ja unsere bekloppten Ehre oh die ging aber auch lange oh nur Silber das war der erste Kratzer lange also die erste Strecke ja das war die längste ich glaub die müssen wir wiederholen wir haben kein Gold ne wir wiederholen die jetzt nicht ha 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 Gold ist kein Gold ist die Aussage nicht Silber hier nein na egal genau I'm the best and centus is the west ha 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 oh mein gott na gut leute und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal bei Mario Kart 64 mit dem Flash mit Centus ciao ciao tschüss tschüss und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64 wenn ihr links auf dem Luigi kommt ihr zu Centus rechts kommt ihr auf meinen Kanal und in der Mitte auf dem kleinen Bildschirm kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64 lasst eine Bewertung da vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren wenn es euch gefallen hat bis dahin bis zur nächsten Folge und tschüss bis zum nächsten Mal